Leute, das ist so frech. Sorry, dass ich das so sage, aber ich finde es so schade, dass die ganzen Fußballer einfach keine Pro-Player-Karte mehr haben. Guckt es euch an. Wie geil ist das bitte? Du bist Fußballer, hast deine eigene Pro-Player-Karte drin und auf einmal, aus dem Nichts, entscheidet sich EA, dass nur ausgewählte Spieler, also paar Stück, keine Ahnung wie viele es sind, eine Pro-Player-Karte bekommen. Guck mal, wie geil das ist. Du bist Fußballer, du sagst es EA und hast einfach deine eigene Pro-Player-Karte. Das ist doch so geil. Also ich verstehe nicht, warum sie dieses Feature rausgenommen haben. Guck mal, Haaland, Mbappé, alle haben ihre eigenen Teams gehabt. Guck mal hier, ihre eigenen Karten. Und dann weiß man auch, wie geil ist das bitte, natürlich für die Fußballer nervt es, wenn du dann noch mehr schwitzt als Gegner, weil du weißt, ey, du spielst gerade gegen einen Profi-Fußballer. Aber ich finde das einfach so geil und das war einfach jedes Jahr immer so heftig. Du suchst einen, auf einmal hat er so eine türkise Karte und du weißt, du spielst einfach gegen einen Pro-Player. Also wie geil ist das bitte, gegen einen wirklichen Pro, sag ich mal. Ja, gegen einen wirklichen Fußballer. Das ist schon geil. Also seid mal ehrlich, Leute, dass die das Feature rausgenommen haben, ist für mich wieder unerklärlich. Ich verstehe es nicht. Ich würde es einfach mal gerne wissen, was daran faul war. Ich verstehe es nicht.